So, das ist die Der Aufstieg, Düne 43, ein willkürlicher Name, einfach irgendwann mal entstanden. Eine lange Geschichte, die was mit dem Radiosender zu tun hat von Pizzasse, aber das ist jetzt nicht entscheidend. Ihr seid jetzt in 360 Grad mit dabei. So, das ist jetzt in 360 Grad mit dabei. Ja, ist das nicht ein traumhafter Blick. So, das ist jetzt in 360 Grad mit dabei. Ja, einfach sprachlos und ich möchte euch die Schönheiten der Insel ein bisschen näher bringen. Oh, das ist jetzt in. Vielen Dank. Ja, hier oben hat man einen wunderbaren Blick natürlich und weiß gar nicht, wo man zuerst hinsehen soll. Hier die Berge, Monte Leon, Sonnenland, Montagna La Data, Salovre. Ja, unsere Hotelmeile, die berühmten Hotels, der Leuchtturm und natürlich die Weite hier. Ja, und ich werde es wohl heute mal wieder wagen, schwimmen zu gehen. Aber nicht nur so, nein, sondern mit der Kamera, mit der 360 Grad Kamera, auf dem Helm. Harry geht baden und ihr könnt dann mit dabei sein. Ja, und ich werde es wohl heute mal wieder wagen. Ja, und ich werde es wohl heute mal wieder wagen. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020